Musik 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 Moini wunderbare Menschen des Interwebs. Mein Name ist Marcel Splare und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Overwatch-Guide auf meinem Kanal. In diesem Guide zeige ich euch einige Übungen, wie ihr euren Aim mit Pharah verbessern könnt. Im Gegensatz zu McCree oder Soldier haben Pharahs Raketen eine Travel-Time. Sprich, sie benötigen je nach Distanz einige Sekunden, bis sie ihr Ziel treffen. Da man in Overwatch nie stillstehen sollte, müsst ihr mit Pharah einige Shots predikten. Predikten bedeutet übersetzt Vorhersagen. Ihr müsst das Movement eures Gegners analysieren, um zu sehen, wo er als nächstes hinlaufen wird und genau dort müsst ihr eure Rakete hinschießen. Um dies zu meistern, zeige ich euch einige Übungen, die euch dabei helfen werden, ein Gefühl für die Travel-Time von Pharahs Raketen zu erhalten. Ich empfehle jeder, diese Übungen in 1-2 Minuten durchzuführen, bevor ihr mit der nächsten Übung weitermacht. Für die letzte Übung im Custom-Game empfehle ich euch, dort mindestens 5 Minuten zu verbringen. Diese Aiming-Drills solltet ihr täglich mindestens einmal durchführen, um schnell einen Lernfortschritt zu erzielen. Beginnen wir mit unserer ersten Übung. Wie immer begeben wir uns in die Practice-Range und wenden uns nach links zu den zwei stillstehenden Bots. Ihr werdet euch allerdings nicht vor diese Stellen, sondern euch auf dieser Erhöhung positionieren. Fliegt mit Pharah nach oben und schießt auf die Bots, während ihr euch in der Luft befindet. Fühlt ihr euch damit wohl, beginnt zu pieken, sprich schnell hinter der Wand hervorschauen, schießen und wieder hinter die Wand. Diese Übung verschafft euch ein erstes Gefühl mit Pharahs Jetpack und wie ihr zielen müsst, während ihr euch in der Luft befindet. Unsere zweite Übung führt uns in den rechten Bereich der Practice-Range. Dort findet ihr vier sich bewegende Bots, die sich hervorragend für das Schießen aus dem Stand eignen. Bei dieser Übung lernt ihr das Leaden eurer Shots. Aufgrund der Travel-Time von Pharahs Raketen müsst ihr auf größere Distanz vorauszielen, um einen Direct-Hit zu landen. Die Bots eignen sich hervorragend dafür, um hierfür ein erstes Gefühl zu erhalten. Versucht die Bots immer direkt zu treffen. In der nächsten Übung werden wir auf die gleichen Bots schießen, allerdings nun vom High-Ground aus. Der High-Ground sollte in Overwatch so oft wie nur irgend möglich genutzt werden und mit Pharah solltet ihr euch dort permanent aufhalten. Vom High-Ground aus bringt ihr noch mehr Distanz zwischen euch und die Bots und eure Raketen brauchen noch länger, um einzuschlagen. Versucht auch hier die Bots per Direct-Hit zu treffen. In unserer nächsten Übung werdet ihr auf die Bots schießen, während ihr euch selbst in der Luft aufhaltet. Ihr werdet euch zu 90% mit Pharah in der Luft befinden und müsst daher nicht nur für die Travel-Time-Eingefühle halten, sondern auch für die Air-Control von Pharah. Versucht immer in der Luft zu bleiben und gleichzeitig die Bots per Direct-Hit auszuschalten. Unsere letzte Übung in der Practice-Range führt uns noch einmal auf den High-Ground, allerdings werden wir uns jetzt auf das linke Dach stellen. Bei dieser Distanz könntet ihr bereits ein Sharpshooter-Play of the Game erhalten. Auch hier versucht ihr wieder die Bots per Direct-Hit auszuschalten. All diese Übungen helfen euch dabei ein Gefühl für die Travel-Time von Pharahs Raketen auf verschiedenen Distanzen zu erhalten. Für unsere letzte Übung begeben wir uns wieder in ein Custom-Game. Über das Arcade-Menü könnt ihr auf der rechten Seite ein neues Spiel erstellen. Schaltet alle Modi bis auf Skirmish aus. Bei den Maps wählt ihr für den Anfang Lijang Tower aus. Unter Helden und General setzt ihr euren Ability-Cooldown auf 0 und euer Leben auf Max. Danach könnt ihr einige Bots hinzufügen. Fügt zwei Lucius auf der schwierigsten Stufe hinzu und platziert diese im Gegner-Team. Neben den Lucius packt ihr noch einen Soldier auf Medium hinzu. Optional könnt ihr euch noch selbst einen Lucius hinzufügen, der euch etwas hochheilt. Im Match angekommen könnt ihr nun alles Gelernte aus den Übungen hier einsetzen. Allerdings möchte ich euch mit diesem Custom-Game ein Gefühl für Pharahs Erschütterungsimpuls geben. Lijang Tower habe ich gewählt, der ihr dort leicht Gegner von der Map schubsen könnt. Und genau das sollt ihr hier üben. Versucht die Lucius und den Soldier so oft es geht von der Karte zu schubsen. So bekommt ihr ein Gefühl für den Erschütterungsimpuls. Ihr lernt aus welchem Winkel ihr schießen müsst und wie weit eure Ziele fliegen. Für diesen Guide habe ich nur eine Map ausgewählt. Ihr solltet aber auf verschiedenen Karten mit dem Erschütterungsimpuls trainieren und auch Targets wie Zarya oder Roadhog hinzufügen, da diese schwerer sind und daher auch nicht ganz so weit fliegen. Es gibt sehr viele Locations auf verschiedenen Karten, wo ihr diese Fähigkeit anwenden könnt. Dies würde aber in einem Advanced Guide besser passen. Daher sind wir hier auch schon am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, euch hat dieser Guide weitergeholfen und solltet ihr weitere Tipps und Tricks für Farrakhan, lasst mich diese gerne in den Kommentaren wissen. Ich möchte mich ganz herzlich fürs Zusehen bedanken und wenn ihr mögt, sehen wir uns im nächsten Overwatch Guide gerne wieder. Bis dahin, ciao!